Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Part, Fußballmanager 2014 Let's Play mit mir eurem SphinxMidor007, hier zum 241. Gesamtpart und zum 68. Menuh Part. Wir stehen hier vor dem 31. Spieltag der Barclays Premier League. Wir haben ein Heimspiel gegen die Tottenham Hotspurs und können heute schon alles perfekt machen für die Meisterschaft in England und vorausgesetzt ist hier ein Unentschieden oder ein Sieg und ich denke mal, wir können hier gut reingehen, das Hinspiel hatten wir mit 4 zu 0 für uns entschieden. Mal schauen, wie es heute aussieht und wir schlagen unserer Mannschaft heute zu Hause. Sind wir eine Macht und damit auf geht's, Menuh. So und mit den Klängen von Animals darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier im Old Trafford Stadion. Na toll, das Spiel beginnt direkt mit einem Fehlpass. Das ist natürlich nicht gut, aber wir haben hier gleich die erste Möglichkeit. Aber wird hier durch ein schlechtes Abspiel von Van Persie schon zunichte gemacht. Das ist natürlich nicht gut. Kleine Unkontrolliertheiten hier und Konzentration. Juns Kabul kann mit einem Befreiungsschlag hier klären. Und ich stelle mal die Ecken hier um. So, wer kann in gut Ecken treten? Das war zum einen Luka Motritz und zum anderen Riccardo Rodriguez. So, nächste Möglichkeit, vierte Minute. Martial kann sich da rechts gegen Dorsen durchsetzen, schießt trocken auf die kurze Ecke. Loris ist jedoch rechtzeitig in bedrohten Ecken und kann sich erhalten. So, jetzt zieht der holländische Nationalspieler Jethro Willems die gelbe Karte nach einem klaren Schub seinem Kopfballduell mit Robin Van Persie. Ist Willems mit der Entscheidung gegen ihn nicht einverstanden und reklamiert. Und Derek Carroll hält ihm homolos die gelbe Karte unter die Nase. So. Hier eine Möglichkeit, aber Van Persie hat es immer wieder vergeben. So, achte Minute. Nächste Möglichkeit. Bastian Schweinsteiger schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Martial legt Wert zu Van Persie, der Loris aus Elfmeter zu einer guten Parade zwingt. Wir sind zwar dran, haben mehr vom Spiel, aber irgendwie noch nicht das ein oder andere Tor hier. Vielleicht jetzt. Schweinsteiger passt auf Reus. Der passt hier auf Van Persie. Er überwindet Loris, aber er befand sich sofort im Upside, sodass das Tor hier nicht zählen kann. Ganz schön schade, aber so ist der Fußball eben. Und jetzt hätten wir hier fast das Gegentor bekommen, aber Mollon da klärt hier vor dem Angreifer, also vor Soldado. Jetzt die Ecke von Kyle Walker. Ist eine leichte Beute für dich her. Cananoglu schießt Dawson an, holt einen Eckball heraus. Klasse. Mal schauen, ob der was wird. Von Luka Modric, zweite Ecke im Spiel. Von links bringt Luka Modric das Leder nach innen. Martial, köpft aus vier Metern, ganz knapp vorbei. So ist es wäre fast hier die Führung gewesen. Wir sind dran, haben schon deutlich mehr Chancen. Jetzt die gelbe Karte für Michael Dawson. Übles Foul von Dawson an Martial. Ist mit Gelb da gut bedient. Wir sehen es hier schon 8 zu 2 Chancen. Und wir nutzen nicht mal eine hier, damit wir hier wenigstens mal in Führung gehen können. Jetzt vielleicht 27. Minute. Luka Modric spaziert durch die Londoner Hälfte. Niemand greift den Scheiden an. Schließt sich, zieht er auf 20 Meter nach Kabul. Fällt schon mit dem Hintern ab und es gibt Ecke. Von Riccardo Rodriguez zieht den Eckstück zu einer rechten Seite. Vom Tor weg. Der Ball kommt vor die Füße von Martial. Aber auch er links vorbei. Ist doch nicht mehr schön hier. Jetzt muss Kevin Prinz Boateng raus. Oberschenkelverletzung. Für ihn ist der Tag gelaufen. Er muss verletzt vom Platz. Mal schauen, wer kommt für ihn. Louis Holtby. Der Ex-Bundesligaspieler, ehemaliger Schalker, ehemaliger Aachener und ehemaliger Bochum-Akteur. Van Persie flankt und findet Martial. Der aber schon wieder drüber köpft. Das darf doch nicht sein, ganz ehrlich. Jetzt die gelbe Karte für Riccardo Rodriguez. Für unseren Schweizer, der ein gutes Spiel gemacht hat gegen Argentinien. Welches erst knapp in der Verlängerung zugunsten der Argentinien ausging. Mit 1 zu 0. Die zweite Verlängerung, die wir gesehen hatten, war ja zwischen Belgien und USA. 0 zu 0 und dann 2 zu 1. War auch ein klasse Spiel gewesen. Jetzt die Ecke von Luka Modric. Schweinsteiger kommt zum Kopfball, verfehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. Klasse. Fast die Chance hier zum 1 zu 0. Jetzt der Freistoß von Luka Modric. Legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an. Er spielt jedoch zu Martial, der knappen Abseits steht und zurückgepicken wird. Das darf doch nicht wahr sein. 2 Minuten Nachspielzeit hier im Old Trafford bislang 0 zu 0. Wir sehen, Chelsea ist jetzt neuer Tabellenzweiter. Wir hätten 7 Spieltage und 24 Punkte Vorsprung. Also das heißt, die Meisterschaft hätten wir jetzt schon unter Dach und Fach gebracht. Aber noch haben wir eine Spielzeit hier zu spielen. So, das passt hier wirklich. So, Fusche, Hummels, Reus und Riccardo. Halbzeitansprache ist, sagen wir jetzt mal, jetzt schlägt unsere große Stunde. Und wechseltechnisch lasse ich jetzt alles mal so. So, gehen wir hier mal gleich auf voller Angriff, denn es muss jetzt bald was passieren hier. Dieses Tor war unglaublich. Wir haben das 1 zu 0. Chalanouklu läuft quer, schaut beim Pass demonstrativ fast Richtung Mittelkreis. Kupft den Ball dabei auf Martial. Der ihn hier an Loris vorbeibuktiert. Klasse. 36. Saisontor von Martial. Dritte Vorlage von Hakan Chalanouklu. Und wir haben endlich die 1 zu 0 Torführung. So, jetzt haben wir hier ne Abseitssituation von Luka Modric. Schon stünde es hier 2 zu 0. Aber 1 zu 0 ist bislang optimal hier. So, nächste Möglichkeit. Loris kommt da raus, flückt eine Flanke von Chalanouklu sicher runter. Also, nichts Großes hier gerade passiert. Und wir gehen jetzt mal rein, gucken mal, ob wir wechseln können. So, und wir wechseln jetzt hier Phil Jones ein für Raphael. Und Julian Queen für Chalanouklu. Julian Queen hat wirklich ein gutes Spiel gemacht für die USA. Hat sie nochmal herangebracht gegen die Belgier. Wurde kurz zuvor in der 105. eingewechselt. Macht er in der 107. Minute ein zähnenswertes Tor für die US-Amerikaner. Kann man wirklich sagen, so der Shootingstar à la David Odoncor, den wir ja 2006 hatten. Und wir haben hier das 2 zu 0 von Julian Queen. Kaum auf dem Platz, so macht er das Tor. So, kluger Schachzug hier von mir. 69. Minute, nächste 100-prozentige. Queen bringt den Ball hoch nach innen. Martial setzt sich gegen Dawson durch. Der Ball kommt zu Van Persie, der mit dem Außenriff an den Pfosten schnibbelt. Schnibbel, schnibbel, schnibbel. War auch seine letzte Aktion jetzt hier. Und es kommt jetzt für die Schlussphase Morata. Für Robin Van Persie. Wir führen hier mit 2 zu 0. Und es ist doch wirklich optimal. Und jetzt haben wir die Chance. Das ist 76. Minute. Tottenham Hortgott kann eine Flanke von Riccardo Rodriguez nicht klären. Mod tritt doch er den Ball zu Martial, der aus Astralposition einschiebt. Das Tor zählt nicht. Damit haben wir schon wieder ein Tor, was aus einer Abseitssituation nicht gegeben wurde. Und jetzt kommt Jermaine Defoe für Gonzalo Higuain in die Partie. Eriksen humpelt nach einem Zweikampf mit Bastian Schweinsteiger. Etwas könnte sein, dass er raus müsste. So, er muss hier raus. Kapselriss Knöchel. Und es kommt Nasser Schatli, der Belgier, für Christian Eriksen in die Partie. Wir haben jetzt noch 10 Minuten hier zu spielen. Führen mit 2 zu 0. Haben damit schon die Meisterschaft perfekt gemacht am 31. Spieltag. Reus schlägt den Ball flach nach innen. Aber Loris ist da äußerst aufmerksam. Sichert sich den Ball rechtzeitig vor Martial. Der Ball kam auch etwas zu nah vor das Tor. Aber wir bleiben dran. Dann Angriff der Menkuniens über Molondar. Luka Modric stellt blankt direkt nach innen. Und wir haben eine Ecke. Von Riccardo Rodriguez, 5. im Spiel. Willems klärt. Dann gewinnt Juns Kabul einen Zweikampf mit Luka Modric. Und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Lande vor die Füße von Martial, der ihn annimmt. Und dann entschlossen abzieht. Reus steht in der Schussbahn. Passives Abseits. Loris ist chancenlos. Aber die Fahne geht hoch. Abseits, schade. Schon wieder ein Tor, was vergeben wurde. Jetzt geschautet für die Spurs. Kontermöglichkeit. Der letzte Pass von Lennon ist allerdings ein Tick zu weit nach vorne gespielt. Dich her kann den Ball gerade noch vor Dembele hier aufnehmen. 2 Minuten Nachspielzeit im Old Trafford Stadion. Und Schluss. 2 zu 0 der Sieg hier über die Tottenham Hotspurs. Und damit steht fest, die Meisterschaft für Manchester United ist perfekt. Müsste die 21. sein. Wir sehen es hier in den Statistiken 61 zu 39 Prozent Ballbesitz, 22 zu 3 Chancen. Mehr geht nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Nachbericht. Und damit herzlich willkommen hier zurück im Nachbericht des 31. Spieltags der Barclays Premier League. Wir gewannen mit 2 zu 0 gegen die Tottenham Hotspurs und sind damit englischer Meister des Jahres 2016. Martial 1,5. Gutes Spiel gemacht, aber Spieler des Spiels Julian Queen mit seiner 1,0. Klasse Spiel gemacht, eingewechselt. Dann das Tor. Ist jetzt auf einer, was habe ich da gerade gesehen, 76. Klasse. Und beste Spielaufszeiten von Tottenham Hotspurs war der Linksverteidiger Leto Willems mit einer 2,0. Und unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Statistiken, da sehen wir es nochmal 9 zu 0 Schüsse, 6 von uns auf Tor 3, daneben 11 zu 1 Chance und 61 zu 39 Prozent Ballbesitz. Und das Stadion war mal wieder nicht aus Verkaufspieler des Spiels, mal wieder Martial. Und jetzt zu den Ergebnissen, da sehen wir es jetzt 31 Spiele, 31 Siege, 93 Punkte. Haben jetzt eine Tordifferenz von plus 120 Gegentore erst gefangen. 120 Tore gemacht, das ist schon mehr. Als alles hier in der Barclays Premier League, als weiter Chelsea, der 74 Tore geschossen hat und Tottenham Hotspurs mit 71, Arsenal meint ich, Entschuldigung. Jedenfalls sind wir hier 26 Punkte Vorsprung auf Chelsea bei noch ausstehenden 7 Partien, das heißt wir sind schon rechnerisch englischer Meister. Jetzt zu den Ergebnissen, Wes Bromwich hier, gewinnt 3 zu 1 gegen Southampton, Arsenal 4 zu 0 gegen Everton, 0 zu 0 zwischen West Ham United und AFC Sunderland. Aston Villa unterliegt mit 1 zu 3 dem FC Chelsea, Manchester City 3 zu 1 gegen Swansea, 0 zu 0 zwischen Green Park Rangers und wegen Athletic 2 zu 2 zwischen Fulham und Hull. 4 zu 0 zwischen Liverpool und Newcastle und 2 zu 1 Sieg von Bolton über Stoke City. Unsere Tabelle brauchen wir nicht mehr angucken, wir sind Meister schon durch. Hier in der Football League Championship immer noch Crystal Palace und Reading hier auf den ersten beiden Plätzen und in den Relegationsplätzen Backbone, Roarworth, Derby County, Newwich City und Nottingham Forest. Gut, mal nach Österreich geblickt, das sehen wir jetzt in Wolfsberger AC auf dem letzten Platz. Unterlagen jetzt Sturm Graz mit 3 zu 0, würden damit absteigen hier. So, der Blick nach Belgien, dort sehen wir FC Brüggen Standard, Lütik auf den Meisterschaftsplätzen. Frankreich, AS Monaco, 4 PSG und AS Saint-Etienne, der Meister Lyon auf dem fünften Platz. In Deutschland FC Bayern München, 6 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Wolfsburg spielt 1 zu 1 und der FC Bayern unterliegt hier Hoffenheim mit 1 zu 0. Das wäre die Chance für den VfL Wolfsburg gewesen heranzukommen. Und ihr seht es hier, wir haben hier jetzt die neuen Wappen drin, ist aus einem Patch vom FM Zocker, äh, FM Trikots. Hier das Original Trikot, äh, Wappen von RB Leipzig und das Original Wappen hier vom VfL Stuttgart. Für die Saison 14-15. So, der Blick in die zweite Liga, Augsburg, neuer Tabellenführer vom VfL Bochum und Dynamo Dresden. Heißerslautern auf dem vierten Platz, CSU 1860 München auf der 5. Und unten Union Berlin, Erzgebirge Auer und der Aufsteiger aus Heidenheim. Der 7-Punkte-Rückstand hat aufs rettende Ufer. Dritte Liga, Chemnitzer FC, VW in Wiesbaden und dem Halleschen FC, FSV Frankfurt auf der 4. Darmstadt, 6. Paderborn, 7. Bielefeld, 12. Hansa Rostock auf der 10. Und unten die drei Zweitvertretungen von Mönchen, Klappbach 2. Schalke 2. Und Hoffenheim 2. In der Regionalliga Nord der VfB Oldenburg auf dem Aufstiegsplatz. In der Nord-Ost die 2. von Hertha BSC vor Meuselwitz. In der West Leverkusen 2. vor Münster. In der Südwest SC Freiburg 2 vor Mainz 2. 3. Sonnenhof, Groß Asbach und in Bayern Karlzeit 10er vor dem SSV Ulm. Da wird es ein spannender Dreikampf hier zwischen Stuttgarter Kicker, SSV Ulm und Karlzeit 10er. Wir werden es ja verfolgen, wie es aussieht. Sollte einer dieser drei Mannschaften sich tatsächlich durchsetzen, wäre es auch für mich eine Option zu sagen, man nimmt so einen Verein und würde dann in der 3. Liga was aufbauen. Und dann gucken wir mal in die Stimmen. Das sagte ich heute nach dem Sieg gebe ich meine Mannschaft frei. Bis morgen früh um 8. Und Oliver Bierhoff, der Teammanager der deutschen Nationalmannschaften, hier der Trainer der Spurs sagte, mit dem 2 zu 0 sind wir noch gut bedient. Manchester United hat all unsere Fehler ausgenutzt. Spieltagstatistik sehen wir heute. Julian Queen, der 11. Spieler des Spieltages. Hier, Kei Suke, Honda von Liverpool. In der Teamleistung, Schnitt von 2,32 in der Saisonschnitt von 2,64. Beste Spieler, Martial, 36 Saisontore dahinter, Van Persie mit 31. Und nach 31 Spieltagen Noten, bester Spieler hier. Luka Modric mitten im Schnitt von 2,06. Beste Mannschaft nach wie vor. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und sehens hier. Meistertitel vorzeitig gesichert. Manchester United hat es geschafft und wurde heute vorzeitig Meister. Glückwunsch. Damit freut man sich hier. Meistertitel haben wir geschafft. So, damit sind wir jetzt schon vorzeitig englischer Meister. Und haben damit den zweiten Titel perfekt gemacht. Darren Bent ohne Gnade, 2 Treffer gegen den FC Fulham. Im Ausland 2 Treffer für Tunay Torun gegen Hertha BSC. Tunay Torun, ehemaliger Herthana und Ex-Hamburger. Spielt in der Realität, glaube ich, für Kasim Passa in der Türkei. So, jetzt haben wir dann gleich das Spiel gegen den FC Southampton. Hier ist eine Renovierung abgeschlossen. Und jetzt sehen wir hier die Einblendung Meister. Barclays Premier League Triumph von Manchester United am 19. März 2016. Was für eine Saison. Einfach nur unglaublich. Wir haben es wieder mal geschafft. Sind mit einer Mannschaft zum dritten Mal in Folge Meister geworden. Zweimal mit dem VfL Wolfsburg und jetzt mit Manchester United. Und können wirklich sagen, damit haben wir auch dieses Projekt hier mit Manchester United schon mal gekrönt. Capital One Cup Sieger Meisterschaft. FA Cup haben wir jetzt noch vor der Nase. Und die Champions League. Hier wieder einige Vertragsverlängerungen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und sehen Sie hier englische Woche. Mit den Spielen am Mittwoch gegen Southampton. Und am Samstag gegen Wigan. Dante hat bei FC Bayern verlängert bis 2018. Schweinsteiger ist wieder fit. A-Junior gewinnt mit 3 zu 0. Und die B-Junior gewinnt mit 2 zu 6 gegen Manchester City. Alexandro ist nicht mehr motiviert. Er wird ja uns verlassen. So, gehen wir den Tag vor zum Spiel gegen den FC Southampton. Sehen aber jetzt erstmal die Senkrechtstarter der Saison. Bester Senkrechtstarter Alex Grimaldo, den wir auch bei Wolfsburg hatten. Hat jetzt eine 76er Stärke. Hat aber keinen Einsatz. Aber jetzt schon einen Marktwert von 21,8 Millionen. Hat ihn schon hier deutlich verdoppelt. Und dann sehen wir es noch. Julian Queen und Martial hier auf den beiden Plätzen. Haben sich um jeweils 5% verbessert. Hulk 4% und Janosai ebenfalls 4%. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Oder gucken wir uns mal die anderen Ligen an. Bundesliga. Johansson, der sich verbessert hat. Schöttgen und Tollian für St. Pauli. Dann Weihrauch hier für SV Werder Bremen. Bandowski von Mainz, den wir ja auch hatten. Papa Dimitrio hier für Leipzig. Und Achmed Asuak ebenfalls für RB Leipzig. Fathor Nademi. Bei Hertha BSC. Und Mario Gersbeck. Zweite Liga. Madara, Weke und Dutschiak, die sich verbessert haben. Agpogoma hat sich noch verbessert. Ancelo Meier hier für TV 68. Und Kielkopf für Heidenheim. Dritte Liga, Marvin Jäger, Brasnitz und Kera, der sich verbessern konnte. Selahlem, Brün haben sich ebenfalls verbessert. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter. Entschuldigung, wurde gerade automatisch aus dem Spiel genommen. Weshalb auch immer. Aber damit sind wir zurück jetzt hier. Mit dem Spiel gegen den FC Southampton. Am 32. Spieltag Tottenham gegen Arsenal ist das Top-Spiel. Zweite Top-Spiel Thunderland gegen City und Chelsea gegen Queen Park Rangers. Haben jetzt noch eine Nachricht. Phil Jones fragt nach möglichen Verstärkungen. Weiß nicht. Und er ist irritiert. So, Gelbsperre von Riccardo Rodriguez. Dann darf da natürlich jetzt der gute Alexandro spielen. Mit dem wir unbedingt reden müssen. Und das sagen wir jetzt einfach mal. Sagen wir mal das hier. So, und dann gucken wir mal in den Kader. Sprechen unserer Mannschaft hier 10.000 Siegprämie aus. Können jetzt mehr oder weniger mit B-Elfs hier durch die Saison gehen. Nachdem wir die Meisterschaft schon klar haben. Aber Ziel von mir ist hier noch die 100 Punkte. Die wir schaffen sollten. So, dann haben wir das zumindest schon mal gemacht. Z consult rischi. Ved. Und. indem. wenn.